Um YouTube-Partner zu werden, brauchst du 1000 Abonnenten und 4000 Stunden öffentliche Wiedergabezeit. Aber was ist diese öffentliche Wiedergabezeit eigentlich genau? Tatsächlich zählt da gar nicht alles auf deinem YouTube-Kanal dazu. Deshalb möchte ich dir in diesem Video da einmal Klarheit darüber geben, dass du nicht irgendwie an der falschen Stelle arbeitest. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und in diesem Video habe ich schon mal erzählt, was für Voraussetzungen man braucht, um YouTube-Partner zu werden. Und AlexeyFootball hat mich unter dem Hashtag Wie geht YouTube dazu gefragt, Hey Jan, zählen Livestreams zu den öffentlichen Wiedergaben Stunden? Und das ist tatsächlich eine ziemlich gute Frage, denn es zählt wirklich nicht alles dazu und auch bei Livestreams kommt es ein bisschen darauf an. Deshalb möchte ich dir in diesem Video einfach nur mal kurz einen Überblick geben, was zählt dazu, was zählt nicht dazu. Und wir gehen mal durch die verschiedenen Formate. Fangen wir mal an bei Videos. Bei Videos ist es so, dass sämtliche Videos dazu zählen, die als öffentlich gekennzeichnet sind. Und das ist ja auch das, was man sich erstmal standardmäßig vorstellen würde. Ein ganz normales YouTube-Video, was von den verschiedenen Einstellungen auf öffentlich ist. Die anderen beiden Einstellungsoptionen zählen nicht dazu. Das heißt, wenn du nicht gelistete Videos oder private Videos hast, dann zählen diese nicht zu der Watchtime dazu. Und natürlich auch, wenn du ein Video hast, was mal Watchtime generiert hat, du das dann aber löscht komplett von YouTube, dann zählt es auch nicht mehr zu dieser Statistik dazu. Außerdem zählen sämtliche Aufrufe nicht, die durch Werbung entstanden sind. Das heißt, wenn du Werbung auf YouTube schaltest, die Zeit, die sich Leute da deine Videos angucken, die wird auch nicht mit in diese öffentliche Wiedergabedauer reingezählt. Das zählen wirklich nur organische Aufrufe. Bei Livestreams ist es tatsächlich so, dass nur die Livestreams dazu zählen, die in Video-on-Demand-Videos umgewandelt wurden. Das heißt, wenn du einen Livestream hast und du machst einfach diesen Livestream, aber danach ist er nicht mehr auf YouTube verfügbar, dann zählt er auch nicht in diese Watchtime mit rein. Also das, was dann während des Livestreams sich angeguckt werde, zählt nicht als diese Watchtime. Wenn du den Livestream allerdings öffentlich verfügbar machst und er ist dann öffentlich auf YouTube, dann zählt die Zeit mit zu diesen öffentlichen Wiedergabestunden. Bei YouTube Shorts ist das auch noch eine ganz besondere Sache. YouTube Shorts zählen nur, wenn sie im normalen Player abgespielt werden. Im Shorts-Player zählen sie nicht. Und auch Stories auf YouTube zählen nicht zu dieser Wiedergabedauer, wobei das ziemlich egal ist, weil Stories eh erst von größeren YouTube-Kanälen erstellt werden können. In den YouTube Analytics gibt es dazu auch gar keine so spezielle Zahl. Da zählt alles irgendwie mit rein, um wirklich rauszufinden, wie weit bist du bei diesen 4000 Stunden öffentliche Wiedergabezeit in den letzten 12 Monaten. Dafür gehst du am besten in deinem YouTube-Studio auf den Reiter Monetarisierung und dort siehst du eine Übersicht, wie weit du genau bist, wie bei dir die Zahl ist und wie weit du noch entfernt bist vom YouTube-Partner-Sein. Falls du dich jetzt fragst, wie soll ich denn diese 4000 Stunden Watchtime überhaupt erreichen, dann kann ich dir dieses Video von mir empfehlen. Da habe ich mal erzählt, wie man die 1000 Abonnenten und die 4000 Stunden Watchtime am besten erreicht und was für Tipps ich dir auf diesen Weg mitgeben kann. Das war es aber für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kurzen Tipp weiterhelfen. Das war es von mir. Tschüss, euer Jan.